hallo leute wir sind wieder da wir spielen netz wir spielen jetzt gleich also willkommen zu let's play castlevania area of sorrow wir schauen uns die karte an wo wir zuletzt stehen geblieben sind also was heißt ihr wisst eigentlich wo wir zuletzt stehen geblieben sind wir haben den boss kaputt gemacht und wir haben ja wir haben eine neue fähigkeit die ich jetzt wollen wir haben jetzt erst mal neue seele da diese fähigkeit das war mir schon dann wie die fähigkeit und jetzt hoch zack zack und böser mit wie viele böse metzger sehen habe ich jetzt eigentlich schon vier stück ich frage mich ob es einen seelenschmied gibt oder so denn hier sind sie vielleicht von manchen so viele haben wieder aus dem neuen macht ich verstehe immer noch nicht warum dieser böse metzger anders aussieht und der ist fies der ist fies der soll sterben stirb 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 da für mich er auch noch kaputt etwa etwa jetzt kommt auch hier starker 1 2 3 gibt der starke trank nutzen trank gibt es jahrhundert starke johundert nicht schlecht und das ist fast eine ganze lebensanzeige bei uns schon stirb stirb danke und kaputt hier noch mal da kam es zu einem schatz also gehen wir hoch und ja jetzt können wir auch daran da will ich kann ich nicht ran und kaputt machen kaputt so mit einem sportkleidung die habe ich jetzt zweimal und sie gibt dieses kleine zeugs bisschen hoch aber arme jacke die habe ich gerade an kampfkleidung gut und stirb und das war teleporter da gehen wir gehen wir noch nicht hin auf jeden fall erstmal hier gehen und noch tiefer und stirb 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 ich bin so blöd ich krieg das nicht 15 nicht schlecht ihr nervt aua ja scheiße 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 au au ok alles wenn das nicht vielversprechend klingt alles schneider kurzes schwert zum zustoßen ist es ich werde es aufs rüsten ja ich treffe damit nicht mal ähm aua 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 oh wie der geistertänzer gut den haben wir aber schon äh nein ich bleibe meinem katana treu der hammer vielleicht benutze ich ihn auch irgendwann mal wieder und ich komme da nicht mehr hoch das heißt ja zu viel beschleunigt sind die tänzer wieder da na kaputt bam stirb äh hepp und kaputt aua stirb ja fast auf der linken seite ja ich gucke schon wieder nach dabei war es nur der teleporter kurze zeitgedächtnis lässt grüßen so kaputt was war hier oben hier oben bin ich nicht ganz nach oben hingekommen das daran kann ich mich noch erinnern deshalb gehe ich jetzt auch da lang aua 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 da ist dieses Viech ah falsche taste stirb jetzt auch eins zwei ah ein jetzt tot kaputt kaputt und mua 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 50 dollar wo aua aua das war das erste mal dass ich mich von ah das zweite mal jetzt insgesamt dass ich mich von den treffenden gelassen habe und da kommt gleich noch einer und eins zwei au ich bin vorbei los kommt noch einer hm keiner ah da geht es in ein neues gebiet da war ja auch irgendwie klar da die karte da aufgehört hat jetzt muss ich kurz mal nachdenken wo musste ich überall klein sein also nicht klein sein aber wo kann ich jetzt alles durchrutschen hm 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 das machen wir irgendein andermal gut und wir gehen ins in die inneren quartiere ah du bist oh es ist eine Kampfmaid eine Presse Pressefone also für mich sieht es eher aus wie eine Kampfmaid nicht auch durch Gott sei Dank du bist einfach du bist ein riesiger Kerzenständer du bist ein Nervennahrung plus keine ahnung wie ich da so gut herangekommen bin aber ja Nervennahrung plus äh pro level plus bringt 50% der MP ok und hoch stirb oh dich kenn ich schon dich kenn ich schon ah und du bist gemein du bist gemein ah du du bist gemein du tötest mich äh ich dachte es wird heute ein bisschen ruhiger ich könnte in Ruhe spielen ich dachte der Spielegott wäre heute auf meiner Seite nein ich bin schon wieder fast tot und brauche wieder einen Speicherpunkt oh schon wieder du ah stirb stirb äh Angst stirb oh stirb oh Gott sei Dank kann ich nicht aufnehmen schade äh komm schon boah ich hab keine Ahnung in welche Richtung ich gehen soll links nein rechts Angst egal gegen die kämpfende mate ah oh ne du ich könnte die doch auch eigentlich so angreifen aber was ist hier hier mal ganz ehrlich ist hier nichts äh ja wir sehen mal wieder hier gibt es nichts außer jetzt wieder die mate weil ich wieder reingelaufen bin äh was ist hier what the was war das also ich gehe da rein und dann trifft mich dieser dieser Hase von Alice im Wunderland und der teleportiert mich wieder raus ist klar okay naja äh und wir gehen höher so so hier aua kurzer schnitt aaa aua ich gehe da rein nein ich gehe da rauf merken boss tier ganz weit weg davon gehen okay und hier bitte speichern bitte danke danke da ja oah es läuft nicht schlecht aber irgendwie habe ich das Gefühl dass so ein bisschen grad ein bosskampf nach dem anderen kommt ähm naja ich soll froh sein dass sie wenigstens nah beieinander sind und ist mir was wenn ich da wieder hochgehe äh das macht nur so komische Geräusche nicht als ob irgendwas kaputt gehen würde gut ja wenn ich es mir anschaue kann ich hier nicht rein oder so irgendwie das ist einfach nur ein leerer Raum äh ich hab Angst äh stirb 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 okay ich gehe jetzt nochmal kurz meine mana auf aua wenn ich meine Magie auffüttelst dann gehe ich in den Boss da brauchen wir jetzt nicht speichern man muss eigentlich halt nur beim aua jetzt gehe ich halt mit zwei Schaden man muss halt nur beim Speichelpunkt kurz sein damit also das Menü da fürs Speichern öffnen und dann hat man noch viel gefehlt oh sie geht auf oh Gott